Nach 5 Monaten Streik machen sich die Autoren in Hollywood wieder an die Arbeit. Wir fragen unsere Korrespondentin in Washington, Gudrun Engel. Heißt das jetzt, der Konflikt ist ausgestanden und es läuft wieder rund in Hollywood? Es heißt zumindest mal, dass sich die 11.500 Mitglieder der Autoren-Gewerkschaft einstimmig dafür ausgesprochen haben, ab heute wieder zu arbeiten. Sie haben jetzt Zeit, in einem Zeitraum vom 2. bis 9. Oktober abzustimmen über das Papier, das viele ja selbst noch gar nicht kennen, das jetzt 5 Tage lang verhandelt wurde. Jetzt können sich alle drüber beugen und checken, was steht da eigentlich drin, was bedeutet das für mich? Und dann werden sie abstimmen, aber Experten sagen einheitlich, sie werden wohl zustimmen, dann gilt das Papier. Und deswegen sind ab heute schon viele wieder bei der Arbeit. Es ging den Autoren ja um bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und für viele wahrscheinlich ein Hinhörer, den Schutz vor Einsatz künstlicher Intelligenz. Was erhoffen sich die Drehbuchautoren in dem Punkt genau? Also soweit wir das jetzt wissen, steht in dem Papier eine ganz klare Vereinbarung, dass die Studios zugesichert haben, dass sie künstliche Intelligenz nicht einsetzen wollen, wenn es zum Beispiel darum geht, Drehbücher zu schreiben. Das ist ja etwas, was viele schon versucht haben, einfach bei einem Programm wie beispielsweise ChatGPT eine Handlung einzugeben und dann zu sagen, schreib mir ein Drehbuch, das könnte ja sehr viel schneller und auch sehr viel günstiger natürlich sein, wenn der Computer das übernimmt. Aber da hat man sich jetzt offenbar mit den großen Studios geeinigt, dass es nicht erlaubt ist, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Drehbücher zu schreiben oder auch um Drehbücher zu ändern. Das heißt, man will auf die Ressource Mensch, auf den Autoren, auf die Autorin da nicht verzichten. Das steht da wohl sehr klar drin. Die Studios haben sich eine Hintertür offen gehalten und haben gesagt, sie wollen weiterhin experimentieren dürfen mit künstlicher Intelligenz. Das ist aber etwas, was eher die Schauspieler treffen wird als die Autoren. Was wir in den letzten Monaten hier in Deutschland mitbekommen haben, das sind ja doch einige große Kinostarts gewesen, wenn wir an Barbie oder Oppenheimer denken. Wie hat sich der Streik denn genau bemerkbar gemacht in Hollywood? Also diese beiden gerade angesprochenen Blockbuster, die waren eben einfach schon fertig produziert, gedreht. Und da waren die Schauspielerinnen auch schon auf Promotion-Reise. Und dann kam eben die Information, dass jetzt gestreikt wird. 148 Tage ist das jetzt her. Und dann haben beispielsweise auch die Schauspielerinnen und Schauspieler ja alle Werbetouren abgebrochen. Ich erinnere mich an die Premiere von Oppenheimer in London. Und dann kamen die Nachrichten, und dann sind tatsächlich alle Schauspieler vom roten Teppich verschwunden. Was wir jetzt sehen werden, ist, dass natürlich viele Blockbuster, die eigentlich angedacht waren für dieses Jahr noch oder nächstes, dass die sich verschieben. Das hören wir bei Serien wie Stranger Things. Das hören wir aber auch eben bei großen Kinoproduktionen wie Dune 2, der jetzt schon ins Jahr 2024 verschoben wurde. Oder eben auch die neue Superman-Verfilmung. Das ist jetzt etwas, das werden wir, obwohl dann alle schon wieder bei der Arbeit sind, mit sehr viel Zeitverzögerung erst merken. Und das gilt eben sowohl für Serien als auch für Filme. Also das Warten angesagt. Jetzt denken die meisten bei Hollywood wahrscheinlich an Glamour, Stars, großes Kino, den roten Teppich, an zu niedrige Gehälter, aber erst mal nicht. Was sagt uns denn dieser Streik über Hollywood hinter den Kulissen? Na ja, es zeigt zum einen ein großes Zeichen der Solidarität. Denn natürlich kennen wir nur die großen Gesichter, wo wir dann auch eben merken, das fällt jetzt aus wie beispielsweise die Late-Night-Talkshows oder eben berühmte Serien mit oder Filme mit berühmten Schauspielern. Aber es zeigt eben, dass diese Industrie eine sehr große ist. Die Autorengewerkschaft hat 11.500 Mitglieder. Die Schauspieler-Gewerkschaft hat noch mehr. Und es zeigt eben, dass sie alle solidarisch zueinander sind. Natürlich gibt es immer die, die wir kennen, die Top-Verdiener. Aber die gibt es eben auch nur, weil es sehr, sehr viele Menschen hinter den Kulissen gibt. Statisten, Schauspieler mit kleinen Rollen, Serienschauspieler in Nebenrollen und so weiter, die eben nicht so viel verdienen wie die Lieblinge auf der Leinwand, die eben sehr gut verhandeln. Es ist ein großes Zeichen der Solidarität mit allen, dass eben alle sehen, sie werden wertgeschätzt in der Branche. Deswegen sind auch große Stars wie Susan Sarandon beispielsweise mit auf die Straße gegangen für die Gehälter der Nebenschauspieler oder derer, die eben erst in ihre Karriere starten. Wir haben es gerade ja im Beitrag auch gehört, die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood, die sind noch im Streik. Zeichnet sich auch da vielleicht eine Einigung ab? Also die Reaktion auf das Ende des Autorenstreikes jetzt war relativ verhalten, weil zum einen die Autoren sagen, sie wollen noch nicht so richtig feiern, solange die Schauspieler noch streiken und denen jetzt quasi den Wind aus den Segeln nehmen. Und von den Schauspielern heißt es, na ja, jetzt wo es bei den Autoren geklappt hat, nach harten Verhandlungen, setzen wir darauf, dass wir auch schnell zu einem Ergebnis kommen. Experten gehen davon aus, dass es vielleicht schon in den nächsten drei Wochen so weit sein könnte. Allerdings, auch das muss man sagen, wir befinden uns gerade in den Vereinigten Staaten quasi in einer Art Streikwelle. Im Moment streiken auch die Autobauer und gerade haben auch abgestimmt die Menschen aus dem Entertainment-Bereich in Las Vegas. Auch die haben angekündigt, demnächst in einen unbegrenzten Streik treten zu wollen. Dann gehen in Las Vegas die Lichter aus. Insofern muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also Streikstimmung nicht nur in Hollywood. Vielen Dank, Gudrun Engel nach Washington.